Wenn irgendwas passiert, schreie ich. Vor allem, es kommt ein Wack. Weshalb? Was haben die gemacht? Ich fick die ganze Zeit die ins Knie. Dann kriegen die jetzt als Belohnung dafür, dass ich die ins Knie ficke, noch ein Wack. Ich schlachte mal eben die Rebellen ab. Oh, und der überlebt auch noch. Ah, schon richtig. Vielleicht sollte ich auch seinen Skillpunkt ausgeben. Ich bin ecc. Disi Britannischen So, du bleibst da auch erstmal stehen. Äh, Eisenfelsen, ne, Moment, 4200 haben wir ja plus, dann können wir doch hier runter gehen und hier mal die nächste Stufe ausbauen. Danke, Saratrusta. Was soll das? Warum greift der mich an? Dann können wir wenigstens mal die Einheiten austesten. Obwohl, ich hab nichts Neues dabei, außer die zweihändigen Nahkämpfer jetzt. Man fühlt mich durch Prison Architek. Prison Architek ist doch eigentlich das LP, wo ich wirklich am entspanntesten immer über alles mögliche rede, weil es perfekt ist für, äh, Quatschen. Hm, hatte ich nicht gerade noch einen anderen? Na ja, bis sie seine Unterstützungstruppen da sind, ist der schon tot. Upsala. Upsala. Was sind das, Krabben? Ne, das sind kleine Spinnen wieder, ne? Oh, ich hab keine Lust, dass ihr wegrennt. Das wäre gelaufen noch nicht gerne. Oh, Mann, 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 er will ja nur auf den Hügel. Kann ich direkt meine Belagungsmaschinen auch mitnehmen. Na, ob du mich noch mehr verwirren willst, indem du noch weiter wegrennst? Aber ich glaub, der hat keine Belagungsmaschinen. Also könnte ich den auf Distanz einfach ein bisschen runterballern. Wenn er nicht, also wenn er keine Lust hat anzugreifen. Ach, jetzt kommt er doch. Und ich seh schon, wie die Spinnen mich gleich umlaufen werden. Wie wär's denn, wenn er die Spinnenreiter mal angreift? Ihh! So, halt einfach ein bisschen Stand. Wir schalten erst mal die Goblins aus. Weil meine Zweiender machen hier eine ganz gute Arbeit. Und ich denke hier eine ganz gute Frage. Bуть! Marcus Lund Le rules, wer die части T слушars! Das war ein bisschen darn gut. Aber mouse bzw. Da mit dem Geist anchored. Ja, da waren wir auch schon glossierend. Na komm, zerschieß die. Kann ich nicht sagen, dass sie mit 970 da durchlaufen. Weck, 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 weck! Weck, 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 weck! Kill Erx! Kill Erx! Kill Erx! Kill Erx! Kill Erx! It is a reckoning! Da! Bruchthrower! Kavu! Kill Erx! Yes! Yes! Da! The next kill is our kill! Kill Erx! We are in one place! Yes! We are in one place! Kill Erx! Let's Start Shooting! Kill Erx! Kill Erx! Kill Erx! Yes! Nothing can stop us! Wake him up, Lord! Ich krieg dem so einen dämlichen Eisenpels nicht nieder. Obwohl eigentlich meine Nahkampftruppen fahren mir die Zweihänder. Meine Güte, der schlägt einmal zu, da fallen drei Truppen von mir um. Aber ich kann noch nicht näher rangehen mit anderen Truppen, beziehungsweise mit meinem Helden, weil der Held geht down. Ah, er hat Angst. So, versuch den Platz zu machen, bevor der weg ist. What's up? What's up? Vor allem, wie kam der so schnell wieder? Ne, für 400 würde ich das nicht. Ich dachte jetzt, der greift mich an. Ohne Scheiße, hab's gedacht, da fällt mir in den Rücken. Greift mich an, jetzt im Norden, um mich einfach anzupissen. Voll der Gräuel. Recht das Unrecht oder Recht das Unrecht soll es wahrscheinlich sein. Es macht beides dasselbe. Was? Für die Wälder der Wälder. Nein, da knallt alles ab. Hab ich nicht eigentlich gesagt? Ich wollte die Stadt nicht. Aber ich muss sie ja einnehmen, sonst kriege ich ja mein dämliches Scrollbuch niemals ausgeglichen. So, ihr löscht mal eben die aus. So, ihr löscht mal eben. So, wie ich weiß, wie ich sie hier ausfinde. So, ihr löscht mal, dann schauen uns. So, ihr löscht mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tja, mehr haben wir nicht zum Vergeben So, zurück in die City Kannst du auch nochmal einen Zwergenkrieger rekrutieren 2.700 im Plus In drei Runden wäre der fertig Dann müssten wir 4.000 übrig haben Wobei wir müssen dann Vor allem die Ordnung Mal stabilisieren Ready Nehmen wir den Trank der Tollkühnheit Was ist das? Pah. Also wenn ich mal eben da hochgehe und mir den Kram da hole. Entschuldigung. Wir müssen weiter nach Süden. Wir müssen die Zwerge antreiben und die Grünen heute in den Arsch treten. Ob ich alles mag, wo es dann in Echtzeitkämpfen rüber geht. Ich mag, ich mag sowas ja. Geht weg Salzproduktion. Oder sollt, sollst, was auch immer. Nights of Honor habe ich boxt hier rumliegen. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Hab mir in den Bergen eine Erkältung geholt hier. Verdammte Hacke nochmal. Danke sehr. Wie ist der eigentlich so weit weg? Ohne Scheiß, wie ist der so weit gereist? Das war derselbe Trotte, der vorne hier vorne noch stand. Oh Mann, Mann. Entschuldigung. So, verzieht euch. Ah ja, ich gehe jetzt zum Vulkan, um mich aufzuwärmen. Das ist ein guter Tipp vom Chat. Das tut gut. Jetzt noch ein Fuß rein. Das ist ein guter Tipp vom Chat. Du dämlicher Heldenagent. Bleib gefälligt stehen. Ihr seid fertig, ihr Fallobst. Ich bin der Slayer King. Arcane Wind ist unter Kontrolle. Ich bin der Slayer King. Ich bin der Schlager. 1500 500, äh, blub. Was fällt mir eigentlich ein bei der Morale jetzt hier so abzukacken? Nee, ich darf kein Geld ausgeben. Zum einen bin ich arm, zum anderen brauche ich das, um die Goldmine auszubauen nachher. Bei Sigma's Will, komm in Peace. Danke fürs Geld. Boah, da ist auch der Waag wieder bei, ne? So, du kannst mal versuchen, da die Siedlung zu nehmen. Ich kriege hier die Krise langsam, dass die Grünen heute da, bis dann nicht die Grünen halten, sondern weil der Karakadrin da überhaupt kein Interesse dran hat, mich zu unterstützen in irgendeiner Form, um den Scheiß da einzunehmen oder den Leuten wenigstens mal auf die Fresse zu geben. Was war das erste Strategiespiel, weil ich gezockt habe? Syndicate. Nein, stimmt gar nicht. Battle Chess, geht auch aus Strategiespiel. Dune 2 habe ich auch damals gespielt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe damals kein Warcraft gespielt. Ich habe das nicht verstanden, was die Leute daran so gut fanden. Am ersten Warcraft oder am zweiten. Ich habe meinen Dune einfach mehr gemocht. Oder mein C&C später. Aber Moment, die Runde warten. Ich habe auch gerne das Dune 2000 Remake gespielt, auch wenn es grafisch eigentlich schon unter aller Sau war für die Zeit und unglaublich schlecht lief. Jedenfalls auf meinem Rechner früher. Verübt er auch erfolgreich ein Attentat auf einen Charakter der folgenden Fraktion. Barak war. Willst du mich verarschen? Jetzt soll ich meinen Verbünden angreifen? Es ist auch wieder gescheitert. Es ist auch wieder gescheitert. Ich hole mir jetzt diese scheiß Stadt und mir ist das letztes, was ich tue heute Boah, auf der höchsten Stufe 1800 Gold haut der raus Ich warte, bis die zweite Armee da ist Ich greife jetzt nicht an, ich belagere nur Ich muss leider echt mal meine Nase putzen Es ist schrecklich Erschreckt euch nicht, wenn ein bisschen Blut drin ist Das ist normal Der Trainer sagt, das musst du